Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Ja, ich weiß, dass ihr da im Hintergrund seht, nein, das ist noch kein Spiel. Also, zumindest ich und Gaming GHG, also auch Erik, haben so in der Schule heute nachgedacht, wie wir es eigentlich, wenn wir ein Spiel hätten. Und dann sind wir auf die Idee von solchen Spielen gekommen. Vielleicht kommen die noch irgendwann mal raus, wir müssen die halt noch programmieren. Ach ja, und ihr könnt euch übrigens als Designer oder Programmierer halt bewerben. Und ja, ihr bekommt dann auch noch eine Limited Edition oder halt bekommt halt das Spiel dann halt auch kostenlos. Also, ihr könnt euch gerne bewerben. Und ja, das erste Spiel, was wir hier haben, das habe ich im Gacha live gemacht, einfach nur, damit ich ihr irgendwie zeigen kann, wie das dann aussehen wird. Und zum Beispiel, jetzt hier, Gilberts Adventure. Und ihr seht da Gilbert und Lexi. Ja, das sind die Charakter- Oh, das wollte ich dich gerade noch nicht zeigen. Sorry. Ähm, die zwei sind dann halt spielbar quasi. Und ja, es hat der Gilbert oder halt, wenn wir jetzt das Zeug spielt, ist einer Gilbert und einer Lexi. Und ihr müsst dann halt, da gibt es halt eine Map. Und ja, es ist... Und ihr müsst halt da, ihr könnt die Welt erkundigen, ihr müsst auch ein paar Rätsel lösen. Quasi ein bisschen Zelda-like. Also, kommen wir zum nächsten Game. Und ja, sorry, dass es ein bisschen scheiße aussieht, aber ich habe versucht, das Beste zu machen. Und ja, seid nicht sauer, aber ja, ihr könnt euch ja auch schließlich bewerben. Gilbert Royale. Und bevor ihr was sagt, ja, es ist ein bisschen wie Fortnite. Ja, ich weiß. Aber, Junge, ich meine, Battle Royale-Spieler gibt es jetzt viele davon. Also, who the fuck cares? So, ihr seht hier einmal, man kann es eh... Also, man fängt an mit denen hier aus dem Spiel. Hat man halt die zwei unlockt. Und man kann sich dann kaufen... Also, man kann sich dann so Stils kaufen. Keine Skins, sondern es sind halt Stils. Zum Beispiel hier Rainbows. Das alles hier sind... Also, das... Eines soll... Ja, ich glaube, ich werde nicht sagen, was diese da bei Gilbert und Lexi... Was das für Sachen... Was das für ein Stylish... Das werde ich nicht sagen. Das ist noch unbekannt. Und... Ja, da oben seht ihr... Lily. Und das sind einfach nur die Namen von den Stils. Das da oben ist quasi... Ja, schon Standard halt. Sieht aber auch cool aus. Und der... Und übrigens ist ein Regenschirm. Das soll so darstellen, wie er angeflogen kommt. Sorry, ich konnte es nicht gut nachstellen. Und hier Rainbow. Und da seht ihr schon, dass... Dass der ein Schwert hat. Und ja, es werden nicht nur Waffen sein. Es werden auch Schwerte sein. Ja, und da kann man auch tanzen. Ja, Fortnite. Aber die Tänze kam halt echt ganz gut an. Und... Ja. Und auch irgendwie... Fortnite ist auch irgendwie... Ja, gut. Also... Ja, muss nicht... Müssen. Das war alles die Eriksidee. Und jetzt kommen wir zu meinem Highlight. Das wollte ich euch jetzt jetzt zeigen. Und zwar... Hide or Die. Und das ist quasi... Ja, das seht ihr jetzt ein paar... Und dann... Und eine Gruppe von Teenagers sind gefangen irgendwo, wo sie nicht wissen, wo sie sind. Und... Und sie sind dann quasi in diesem Haus da. Und da ist ein Psycho, wie ihr da gerade seht. Und der wird sie quasi alle umbringen. Ja, ich darf euch natürlich jetzt nicht viel sagen. Deswegen habe ich euch auch nicht gesagt, was die einen Stils da sind. Und... Ja... Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, welches von diesen Spielen ihr am liebsten spielen würdet. Na, wahrscheinlich werden wir ein bisschen mit der Unreal Engine machen, weil dann würde es nämlich richtig nice aussehen. Und ja, dieses Video ist ein bisschen peinlicher, aber... Ich wollte euch ja nur mal die Info geben, dass vielleicht mal Spiele kommen. Und ich weiß, das ist gar live. So wird es natürlich nicht aussehen. Ja, ist ja klar. Ich bin ja nicht blöd. Okay, vielleicht ein bisschen. Und ja... Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Könnt ihr auch gerne disliken. Das ist zwar ein anderes Video, was ihr eigentlich nicht kennt, aber... Ja, ich wollte euch nur mal die Info geben, dass wir in der Planung haben. Also nicht euch jetzt irgendwie Kalender schreiben, dass ein Spiel rauskommt. Ihr wisst auch nicht mal, wann das dann rauskommen würde. Es ist in Planung. Wenn es nicht rauskommt, dann seid ihr nicht sauer. Das ist ja in Planung. Und ja, welches von denen spielen würdet ihr am liebsten spielen? Ich auf jeden Fall Hide or Die, weil ich eher so eine Art Horror-Fan bin. Und natürlich wird Hide or Die wahrscheinlich so eine ab 16er-Version... 16er-Freigabe. Gilberts Adventure wahrscheinlich so ab 6 oder 12. Ja, 12, weil da werden Ausdrucke vorkommen. Ja, und natürlich müssen wir auch noch Voice-Active bei denen machen. Und ja, das ist jetzt streng. Das war anstrengend. Vor allem, wenn es nur wir zwei sind. Wahrscheinlich kommen noch andere dann dazu. Und ja. Und wahrscheinlich Gilbert-Royal vielleicht so ab 12. Es sind natürlich Garten und Hunde, aber trotzdem. Battle-Royal, also. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mal ein Like. Und nur, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, ciao.